Heyo, Fortnite-Freunde! Willkommen zu einer Runde Spleef in Fortnite. Heute im Trampolinpark zusammen mit Brian, Domper und Zangbert. Hallo! Hallo! Wenn man sich hier mal oben schaut, das ist mega krass. Wir haben auch nicht ohne Grund hier eine Waffe, eine M4 in der Hand. Nein, wir dürfen heute nicht nur mit der Spitzhacke den Boden zerstören. Nein, wir dürfen auch den anderen, den Boden mit der Waffe kaputt schießen. Ich würde sagen, wir verteilen uns auf die Ecken und dann geht's auch schon in drei Sekunden los. Oh, da fliegt schon einer. Hammer! Hammer! Okay, alle da? Alle in der Ecke? Dann würde ich jetzt sagen, geht's los in drei, zwei, eins. Jetzt! Okay, auf geht's! Hier schießt's schon fleißig. Oh, 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 oh! Ich möchte einfach nur zum Jump-Pad hier erstmal kommen. So, von hier habe ich nämlich den Überblick, Leute. Oh, na, komm! Na, sind wir jetzt alle auf dem Jump-Pad? Oh, jo, stimmt! Alter, Zangy, ich schieße von unten alles ab! Oh! Du preisst in die Falle rein! Alter, Zangy, du! Ciao! Mach's gut! Als nächstes fliegst du in die Falle. In die Zangy, die Zangy! In die Zangy! In die Zangy! In die Zangy! Oh nein! Ich bin noch eine weiter runter! Ihr seid Schlawiner! Ihr seid richtige Schlawiner! Wir müssen mal Brian runterholen jetzt da! Ich bleib hier oben! Er ist immer nach oben! Er ist immer nach oben! Nein! Alter, ist das... Das ist... Oh, okay, Brian ist jetzt unten! Geh du doch in... Oh! Brian ist noch ein weiter unten! Alle auf mich ist und fährt! Was heißt alle auf dich? Jetzt... Oh nein! Nein, nein, nein! Lass auf Zangy! Lass auf Zangy! Was machst du? Ich finde, wir sollten eher mit der Spitzhacke wieder spielen! Wo ist denn Zangy überhaupt? Ich sehe ihn gar nicht! Er ist unten! Äh, ich bin bei... Oh nein! Oh, Alter! Wer trifft mich da? Nicht mich abschießen! Nicht mich abschießen! Ja! Nein! 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 Und jetzt? Ich muss... Ich muss... Äh, 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 komm, ey! Guck mal, ich stehe ihm nirgendwo! Ey! Scheibenkleister! Oh, Mann! Brian hat gewonnen! Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön! Ich habe so Angst wegen deiner Impulsgranaten! Ich auch! Man fliegt halt damit richtig... Oh! Wenn man falsch getroffen wird, fliegt man halt richtig hoch damit! Und ich sage euch, der Erste, der runterfällt, der hat das größte Problem! Weil hier hat man noch Seitenwände, wo man gegenfliegen kann! Aber da unten, wenn man da rausfliegt, ist man ja... Direkt komplett aus, als ob ich blieb raus! Deswegen wäre... Oh, wer ist da runtergefallen? Lass ihn jagen! Lass ihn jagen! Kommt! Ey! Impulsgranate auf ihn werfen! Kommt, den kriegen wir! Ja! Ja! Ich habe ihn getötet! Geil gemacht! Geil gemacht! Ich sage ja, Impulsgranaten sind richtig stark! Dom reist schon mal raus damit! Also, das geht mal richtig schnell! Der nächste! Brian! Brian, lass mal... Nein, 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 nein! Oh mein Gott! Nein! Sei mal ein Lightgeboss, Alter! Du hast ihn hier nach oben geschleudert, quasi! Aber du hast damit... Du hast einen Fehler gemacht! Ich habe dich da geradezu gebracht, deine zweite Impulsgranate wegzuschmeißen! Das heißt... Ich komme nicht rüber zu dir, das weißt du, ne? Ja... Was machen wir jetzt? Ich kann hier runtergehen! Komm doch runter, wenn du dich traust! Komm runter jetzt hier! Nein! Ich will nicht! Doch! Lass mich leben! Geh weg! Du hast so Angst vor dem... Okay, Juno, let's go! Hey, Juno, guck mal, was ich in der Hand halte! Schaffst du eh nicht! Schaffst du dich! Doch! Komm, versuch's! Oh, Feuer! Komm! Oh Gott, oh Gott! Oh, du wirst so fliegen! Nein! Du auch! Du bist aber vor mir gestorben! Du bist... GG! Du bist vor mir! Komm, man hat gewonnen, Leute! Aber ganz knapp! Die Impulsgranaten waren für diese Arena ein bisschen zu stark! So, Freunde, da sind wir in der dritten Runde! Und dieses Mal heißt es nur editieren und Spitzhacke! Und das wird spannend! Hier sind wir mal im Trampolin-Park und viel Spaß, würde ich sagen! Auf geht's! Auf geht's, auf geht's! Ich hab ein wenig Angst da drüben vor Brian! Der kann, glaube ich, ganz gut editieren! Hat er mir schon mal in dem einen oder anderen Kill-Duell gezeigt! Oh, da ist jemand runter! Wer ist denn da runter geflogen? Das bin ich! Oh, sorry! Guck mal, kannst du dich editieren, ne? Oh, kann er nicht editieren! Stimmt! Kann er nicht editieren! Oh, hier Brian runter! Hammer! Das ist eine gute Ablenkung gewesen! So, ich springe hier oben jetzt noch in ein Ründchen! Nein, nicht! Weil das kann man... Okay, Zangy muss sich irgendwie runter bekommen, während die anderen sich da unten bekriegen! Lasst das alle von oben runter holen! Stimmt! Oh! Oh, das war knapp! Das war knapp! Wo ist denn Zangy jetzt? Oh, oh, oh! Nein! Ja! Hi! Wir müssen irgendwie Zangy da runter holen, sonst hat er direkt gewonnen! Sonst hat er direkt gewonnen! Ja! Ey! Holt Zangy da runter! Ihr seid noch auf der Ebene! Wir kommen da sonst niemals ran! Oh, Zangy ist nur am rumspringen hier! Ich baue die Stützpfeile ab an der Seite sonst! Wir müssen zusammenarbeiten hier! Okay, let's go! Wir machen einfach alles kaputt! Ich mache die Stützpfeiler kaputt an der Seite! Wann ist das mir jemand den Boden weg editiert! Ha! Wir verbünden uns gerade hart gegen Zangy! Oh Gott! Auf welcher? Er steht auf der Schräge! Er steht auf der Schräge! Das ist ein bisschen mies, gerade das er macht! Ja, alles gut! Wir kriegen ihn da runter! Keine Sorge! Wenn ihr spätestens, wenn ihr bei mir hier unten seid, könnt ihr Zangy hier runter bekommen! Auf diese Ebene! Oh Gott! Wenn ihr das macht, was ich hier auch gerade mache! Er ist unten! Ich mache trotzdem mal hier weiter! Hier unten ist auch cool! Kommt mal runter! Mit ganz frischer Wind! Glaubt ihr mir nicht? Sonnenangebot! Ich glaubte gar nicht! Sonnenangebot! Mega-Fortnite-Urlaub! Ich habe Zangy eliminiert! Wie das denn? Hä? Was? Ich bin eine Legende anscheinend! Was habe ich denn gemacht? Ich habe nur hier abgebaut! Wie habe ich das denn geschafft, Zangy? Was hast du denn gemacht? Ich habe keine Ahnung! Ich hatte kurz einen Hänger da und dann war ich tot! Du bist, glaube ich, irgendwie runtergefallen, oder? Runtergelaufen! Nee, kann gar nicht sein, oder? Kommt mal runter jetzt hier! Jetzt wird es lustig! Hey! Halte! Hallöchen! Oh! Nein! Oh nein! Ciao! Egal, jetzt kann ich von unten! Oh, ich habe einen Plan! Ich habe einen Plan! Nein! Oh nein! Ciao! Oh! Guter Plan, Gobbel! Nein! Hau mal ab! Kannst du nicht editieren! Ja, ja! Das kannst du! Mehr kannst du auch nicht! Oh mein Gott! Oh, war das knapp! So knapp! Boah! Oh! Oh! Nein! Ja! Oh, jetzt kommen die Pyramiden! Oh nein! Ich mache gleich wieder hier! Das gleiche wie eben gerade, glaube ich! Ich baue wieder! Wo ist Brian? Brian ist über uns, Mann! Wir müssen Brian da kriegen! Brian hat gerade wieder die Machtposition da oben! Mach bitte den Zangi! Einfach runterlaufen! Nein! Einfach runterlaufen! Nein! Nein! Dombra, mach nicht so! Oh Mann! Dombra, weißt du, was ich mache? Ja, du baust alles ab! Ja, Mann! Wir müssen Brian da runter bekommen! Brian, ergib dich! Komm mit erhobenen Händen runter, oder? Wir bauen dich ab da oben! Er kommt da schon! Das ist kein offizieller Weg! Cheater! Hacker! Ich wollte schauen, wo ich sein! Komm! Was? Oh, Juni! Hä? Du hast das gemacht? Legendär! Legendär! Dombra! Nein! 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 Oh, oh! Aber das ist eine gute Taktik, die du da gerade gemacht hast! So, Brian! Oh, ich war so knapp vor dem Ausgrad! Das glaubst du nicht? Da war unten eine Offenstelle! Oh, er macht die Finger! Er ist runtergefallen! So, hier stehe ich! Gut, Freunde! Hier stehe ich gut! Endlich bin ich jetzt mal der oben steht! Ah, nee! Ihr könnt ja einfach Hochkopf hätten am Stimmen! Warte, wo bist du denn? Oh, Heiko! Nein, 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 nein! Oh, Junge! War das knapp! Hast du das gesehen? Ich stand da wieder haarscharf an der Kante! Ich dachte, dass du ganz krass runtergefallen wärst! Oh, Dombrat, das war ganz knapp! Oh! Wo bist du denn? Alter! Hi, da sind wir wieder! Wir müssen das hier nur mal abbauen hier! Das ist eine etwas spannende Runde hier gerade! Mit in den Tieren! Ich sag dir, diese Pyramiden, die haben es in sich, Dombrat! Ja, ja! Die möchten, dass wir einfach wieder hochgehen können! Man bräuchte auf jeder Etage so zwei davon! Ey, weil dann kommt man wieder dazu und benutzt die Spitzhacke in so einer Runde! Macht man ja sonst nicht so oft! Oh, 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 oh! Alter, hab ich ne Angst gerade, wo ich hintrete! Oh nein, Brian, geh weg! Brian ist gerade hochkonzentriert! Er möchte den Sieg sicher! Nein, gar nicht, gar nicht, gar nicht! Ich doch nicht! Dann kommst du, ob ich konzentriert bin! Sag's weniger! Ich hab aber auch noch ne Idee! Probier was aus, Freunde! Ich probier was aus! Oh weia, oh weia, oh weia! Hier, wenn ihr jetzt runterfallt, dann müsst ihr Glück haben! Ich bin hier schon fleißig am Weggeditieren! Oh! 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 Vorher hast du schon mit Ronny auch teilgenommen! Oh mein Gott, bei mir war es gerade richtig knapp! Ja, das war mal... Das kenne ich, das Gefühl! Ich hab doch mal zum 20. Mal in ein Loch rein befördert! Wo ist Brian? Ist er oben? Ja! Ah, ne, ist bei mir hier! Okay! Hey, was geht ab? Oh, jetzt ist es echt kritisch hier, Leute! Jetzt ist es echt kritisch! Was? Ja! Du hast Ryan runtergehauen! Was? Ich hab auch Zang mitbekommen, hä? Wie kriegen wir die ganze Zeit Zangy? Was ist los? Wie konntest du mich töten? Ich hab dich so oft siebenmal hintereinander runtergebaut! Und du machst so ein Lucky! Das ist... No way! Tja! Nein! Oh! Dombra springt einfach in dieses Loch aus Versehen rein! Und damit hab ich jetzt... Gewonnen! Oh mein Gott! GG! Ja, GG, go, man! GG! Oh Mann, das waren wir mal richtig lustig heute! Drei verschiedene Spliff-Varianten hier ausprobieren! Das war richtig actionreich! Freunde, wenn ihr das öfter sehen wollt, lasst eine Bewertung da! Dann gibt es das auch öfter! Schaut bei den anderen vorbei! Sie sind in der Beschreibung oben verlinkt! Und dann haut da rein! Schönen Tag euch noch! Und tschö mit... Öööööö! Untertitelung des ZDF, 2020